Himmlische Super-Hits auf Radio SAW Shawn Mendes Stimme macht allein schon Gänsehaut, aber wenn sein Song dann auch noch von Trennung handelt und vom Gehen lassen und vom Durchhalten, ja dann darf man sich auch einfach mal fallen lassen und der Musik der Regie überlassen, einfach mitfühlen und die Hoffnung mit Shawn Mendes teilen, dass das Leben auch nach einer Trennung weitergeht. Shawn Mendes, when you are gone, wenn du weg bist. Durchhalten, ich will nicht wissen, wie es ist, wenn du weg bist. Ich will nicht weiterziehen, ich will nicht wissen, wie es ist, wenn du für immer weg bist. Du gleitest durch meine Fingerspitzen, Stückchen für Stückchen. Ich wusste nicht, dass dich zu lieben das Glücklichste war, was mir hier passieren konnte. Also versuche ich einfach durchzuhalten. Es ist nun mal so und bleibt so. Wenn du liebst und vor den Kopf gestoßen wirst, dann ist das verletzend und zutiefst enttäuschend. Dazu braucht es auch gar nicht irgendwelche Dreiecksbeziehungen, Verrat, Lügen. Das Verlassenwerden, das reicht schon, ist das eigentliche Schwere. Das zu akzeptieren, das kostet Zeit, Tränen und die Kraft, Ich muss lernen, wie ich ohne dich zurechtkomme. Ich versuche, mich selbst zu schützen, aber nur du weißt, wie das geht, ja. Oh, ich weiß, was wir tun sollen. Oh, aber ich hasse den Gedanken, dich zu verlieren, also versuche ich einfach durchzuhalten. Ja, und wie soll das gehen? Durchhalten? Man, das sinkt von der langsamen Einsicht, dass es nun mal ist, wie es ist. Von dem Erwachenden fühlen und denken, dass diese Trennung vielleicht auch was Richtiges in sich tragen könnte. Das ist der Anfang, raus aus der ungläubigen, traurigen Starre des Blindendurchhaltens. Das ist der erste Schritt hin zu dem Wissen, dass diese schmerzhafte Trennung das Ende der Liebesbeziehung, aber eben doch nicht das Ende deines Lebens ist. Aus der Kirchenredaktion, Oliver Weiland, Radio SRW. Aus der Kirchenredaktion,